Dieser Künstler hat ein unglaubliches Talent. Er schafft nicht nur großartige Kunst, sondern fügt noch den letzten Schliff dazu, um es einzigartig zu machen. In jedem seiner Werke versucht er den Rahmen mit einzubinden und somit wird nicht nur das Bild, sondern das Ganze ein Kunstwerk. Du wirst aber nicht glauben, wie kreativ manche Werke wirklich sind, die durch die Einbindung des Rahmens sehr einzigartig werden. Er fügt Seile, Risse oder in manchen Fällen sogar Flammen im Rahmen ein, um das Kunstwerk zu vervollständigen. Er versucht so jedes Kunstwerk einzigartig zu machen und in manchen macht er sogar Löcher in die Zeichnung, damit er sie am Ende mit Seilen oder Färden vervollständigen kann. Das letzte Kunstwerk ist aber wirklich besonders. Mit einem Hammer und Meißel zerbricht er vorsichtig die Glasscheibe, um diesen speziellen Effekt auszulösen. In diesem Bild aber reißt er das Papier mit dem Kunstwerk oben ein bisschen ein, damit es so aussieht, als würde der Junge auf dem Bild versuchen, das Bild aufzureißen. Welches Kunstwerk gefällt dir am besten?